Helsing in Seudon-Li-Kenne, wörtlich übersetzt Verkehr der Region Helsinki, ist der Verkehrsverbund der Region Helsinki. Er ist für die Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region zuständig. Der Verkehr wird mit Hubahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fähren durchgeführt. HSL ist zuständig für die allgemeine Planung des Verkehrssystems und der Tarifstruktur, für die Fahrgastinformation, das Marketing und die Fahrkartenkontrollen. Dagegen ist HSL nicht Eigentümer oder Betreiber der konkreten Verkehrsmittel, sondern bestellt diese Dienstleistung, teilweise im Ausschreibungsverfahren, von anderen Unternehmen. Etwa dem Verkehrsbetrieb der Stadt Helsinki und der finnischen Eisenbahn im Jahr 2010 beförderte HSL 326,9 Millionen Fahrgäste, davon 166,6 Millionen. In Bussen 57,1 Millionen mit der U-Bahn, 54,5 mit der Straßenbahn, 47,1 Millionen mit der S-Bahn und 1,6 Millionen mit der Fähre nach Soomenlinna. Der Fuhrpark der für HSL arbeitenden Unternehmen umfasste 1250 Busse, 54 U-Bahnwagen, 132 Straßenbahnwagen, 77 S-Bahnwagen und drei Fähren. Der Verkehrsverbund wurde am 1. Januar 2010 gegründet. Bei Gründung gehörten ihm folgende Städte und Gemeinden an. Helsinki, Espo, Wanta, Kauni, Ainen, Kirawa und Kirkunomi. Zum 1. Januar 2012 kam SIPU hinzu. Auch die übrigen Gemeinden in der Region können dem Verbund in Zukunft beitreten. Fahrkarten Das Fahrausweissortiment in der Region Helsinki weicht etwas von gewohnten Systemen anderer Großstädte ab. Das jetzige Tarifsystem stammt noch weitgehend aus der Zeit vor der Gründung von HSL. Als jede Gemeinde selbst für die Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs zuständig war. Für das Jahr 2014 plant HSL die Einführung eines komplett erneuerten Tarifsystems. Einheimische zahlen fast ausschließlich mit der blauen Travelcard durch Annäherung an Automaten, die in jedem Verkehrsmittel angebracht sind. Dabei ist es nicht erforderlich die Karte selbst an den Automaten zu halten, wenn man die Handtasche, in der sich die Karte befindet. Die EWM-Gerät nährt ist das ausreichend Einzelfahrscheine. Einzelfahrscheine können an Automaten in Kiosken und per Handy gekauft werden. Helsinki-interne Fahrscheine kosten 2,00 Euro und gelten 60 Minuten Abkauf in allen Bussen, U-Bahnen, Regionalzügen und Straßenbahnen im Stadtgebiet von Helsinki. Es kann beliebig oft umgestiegen werden. Bei einigen Buslinien, welche Zubringer der Regionalzüge und der U-Bahn sind, beträgt die Gültigkeitsdauer 80 Minuten. Des Weiteren kann mit einem Einzelfahrschein die Fähre zur Festung Sinsel-Sur-Menlina genutzt werden. Eine Sonderform des Einzelfahrscheins ist der Straßenbahnfahrschein. Er ist mit 1,80 Euro etwas günstiger, berechtigt jedoch ausschließlich zur Nutzung der Straßenbahnlinien. Eine weitere Sonderform ist die Sur-Menlina-Karte. Sie kostet 3,80 Euro und gilt 12 Stunden lang ausschließlich auf den Sur-Menlina-Fähren. Beim Bus- oder Straßenbahnfahrer sind Einzelfahrkarten mit Zuschlag zu 2,50 Euro sowie Touristentageskarten zu 6,80 Euro erhältlich. Für Fahrten außerhalb Helsinkies gelten gesonderte Tarife. Travel Cards Seit 2001 existieren elektronische Travel Cards, die in Vorhinein entweder mit Wert oder Zeit aufgeladen werden können. Liedmann Wert d. h. Eine bestimmte Geldsumme, so muss man die Karte beim Einsteigen vor ein Lesegerät halten und den gewünschten Fahrscheintyp per Knopfdruck wählen. Somit bleibt der Fahrkartenkauf mit Bargeld beim Fahrer erspart. Außerdem sind die Tarife günstiger. Ein per Travel Card erworbenes Helsinki-internes Einzelticket kostet 1,80 Euro und ein Straßenbahnticket 1,35 Euro. Liedmann Zeit, so kann man sämtliche Verkehrsmittel für einen frei wählbaren Zeitraum unbeschränkt benutzen. 14 Tage kosten 21,40 Euro, jeder weitere Tag 1,22 Euro. Hinzu kommt noch die Anschaffungsgebühr für die Travel Card. Obige Preise gelten für persönliche Travel Cards von Einwohnern des HSL-Gebiets zuzüglich der Gemeinden Hanko, Haivinki, Inga, Järvenp. Für Bewohner anderer Gemeinden ist das Laden von Zeit teurer. Es gibt auch übertragbare Travel Cards, bei denen die Preise ebenfalls höher sind. Die Travel Cards können mit mindestens 5 und höchstens 400 Euro aufgeladen werden. Mit Stand April 2010 gibt es eine Travel Card für Touristen. Sie ist erhältlich in allen Air-Kioski und kostet für die ersten 24 Stunden 6,80 Euro und jede weitere 24 Stunden Einheit 3,80 Euro. Die Geltungsdauer muss beim Kauf angegeben werden und kann im Nachhinein nicht verlängert werden. Die Aktivierung erfolgt bei der ersten Nutzung durch Scannen am elektronischen Kartenlesegerät. Mittels dieser Travel Card kann man sogar von Helsinki-Zentrum bis Wurzari-Hafen fahren, um mit der Fähre in 27 bis 28 Stunden zurück nach Deutschland zu reisen. Bezahlautomaten weisen drei oder vier wählbare Felder auf, da sich die Zonen 0 und L gleichzeitig ausschließen. An einigen Standorten bzw. in einigen Verkehrsmitteln fehlen diese beiden Zonen völlig. In Bussen, S-Bahnen und Straßenbahnen befinden sich die Automaten im Verkehrsmittel selbst. Beim Benutzen der U-Bahn muss man beim Betreten des Bahnsteiges seine Fahrkarte entwerten. Die Bezahlzonen der Automaten für Travel Cards gliedern sich wie folgt 0. Diese Zone beinhaltet Fahrten mit der Straßenbahn im Stadtgebiet von Helsinki. 1 Zone 1 ist gültig für gemeindeinterne Reisen. 2 Zone 2 berechtigt zu grenzüberschreitenden Reisen auf dem Gebiet von Helsinki, Espo, Wanta und Kauni einen. 3 Zone 3 ist für den gesamten Tarifbereich gültig. L. Zone L gilt in Espo, Kauni einen, Wanta, Kirawa, Sipu und Kirkonomi, nicht jedoch in Helsinki oder für eine Fahrt durch Helsinki hindurch. Sonstiges wer ohne gültigen Fahrschein angetroffen wird, zahlt 80,00 Euro. Für Touristen gibt es sogenannte Touristenfahrscheine, die wahlweise einen, drei oder fünf Tage in allen Verkehrsmitteln innerhalb Helsinkis gelten. Eine weitere Möglichkeit ist die Helsinki-Card, die wie das Touristenticket mit 1 bis 3 Tagen Gültigkeit erhältlich ist und über den Nahverkehr hinaus auch den Eintritt in diverse Sehenswürdigkeiten vergünstigt. 2 Zone 3 6 8 8 9 10